Dann guck noch, wie du den bauen willst. Alter, genau getroffen! Mit dem ersten Worf! Habt ihr das gesehen? Nein, hab ich nicht. Zieh dir das rein! Ein Worf genau in die Mitte! Die Scheiße brennt! Wer steht da eigentlich noch? Wer möchte noch werfen? Herzlich willkommen zum neuen Tagebucheintrag. Ich fahre jetzt nach Grasnustaf, weil der ganze Rest hängt da fest und bringe Benzinkanister mit. Das ist der Plan, richtig? Mehr Planen gibt's nicht. Yes! Ey, wohin Grasnustaf? Focken die? Ich kann da runter snipern. Och, ganz oben, Ortsausgang irgendwo. Rot? Nein, Hülle rot. Rot? Nee, Hülle rot. Harry ist rot, Alex. Schon ganz Zeit rot. Reichen fünf, ja, ne? Brauch ja was zum Schießen. Jo, Alex? Jo, Steris rot soll ich mit? Also, unbewaffneter haben wir. Ja, reicht. Besser ist das. Grasnustaf, wie fahre ich denn da am besten? Am besten fahre ich doch hinten lang, oder? An den ganzen Lagen vorbei. Auf jeden Fall musst du schnell kommen, weil wir haben nur eine halbe Stunde, dass wir jetzt noch brennen können. Ja, okay, ich komm einfach. Eigentlich müsste ich ja sicher in dem Ding sein. Ich hab irgendwie einen Bug, ich hab irgendwie zwei Zombies am Hacken. Bock dich aus. Nee, der unbewaffnete Humvee hat nur normale Glasscheiben, keinen Gäder. Ach, das ist ein bisschen leiser, bitte. Jo. Boah, ist das aber voll, ey. Alter. Ich muss hier nämlich gerade ein bisschen Krieg machen. Ich sehe, weil ich Straßensperre rein habe, ne? Wie vor Grasnustaf ist, oder nach? Nee, in Grasnustaf links hoch, Richtung, ähm, Gwotzno. Ich find das nur doof, dass ich ganz alleine bin hier. Jo. Wir find's doof, dass du nicht bei uns bist. Ja. Ja, dass wir in Paco rankommen. Aber online. Paco muss, glaub ich, noch arbeiten, ne? Ach, nee, stimmt gar nicht, der hat ja früh Arbeit. Ja, genau. Wir hatten hier Bäume geholzt, ey. Vom Laden. Entschuldigung. Depp. Ich nicht. Dass das nicht gut geht, wissen wir doch jetzt. Ah ja, stimmt, ich seh die ganzen Zombies rumlaufen. In Grasnustaf. Mhm. Nennt mir mal die Koordinaten, wo ihr ganz genau seid, damit ich nicht in die Falle reinrutsche. Am Burner. Direkt am Burner seid ihr, ach so. Ja, ja. Ich sehe sogar ein verstecktes Massaker, weil ein schnelles. Echt? Mhm, da wo ihr links hochgefahren seid, im Gebüsch steht's. Ist es heile? Sieht so aus, ja. Da wo ihr links hochgefahren seid? Das ist Monaco, in Roda. Ich bin links hochgefahren. Jetzt hat er Grasnustaf nahe und links hoch. Ich bin ganz alleine in Grasnustaf und bin jetzt vor Grasnustaf im Wald und stehe vor meinem Massaker. Rot. Kann ich da nicht reinziehen. Da ist echt ordentlich was los auf dem Server, ne? Ich glaube 35. Gibt's grad nicht. Die nächste halbe Stunde geht's nicht. Oh. Solltest du grad einen geblasen kriegen? Ne, jetzt nicht. Die nächste halbe Stunde nicht. Wirklich nicht. Kannst... Okay, kannst du... Das ist ein Server restart. Das ist ein Server restart. Ja, kannst du an deinen Schreibtisch. Ist okay. Geh unter den Schreibtisch, aber leise. Ja, ich bringe die fünf Kollegen. Ich hab mal neulich geleder. Ich hab noch einer zum Zombies, Alter, schon mal. 80 tote Zombies. Ich muss mal kurz Route abschicken, wie ich am besten fahre. Ach, ne, das sind unsere. Wir haben ja grad Zombies rausgeschmissen. Die liegen ja jetzt hier tot rum. Deswegen müssen wir uns ja bei. Ja, aber die zählen ja nicht mehr. Ich, ja. Harry ist wieder grün, Alex. Ja, ich seh's. Aber soll ich durch Stary fahren oder lieber oberhalb vom Airfield lang? Weil das mal mal... Du hast nicht mehr so viel Zeit. Ja, dann fahr ich durch Stary. Ich... Alles auf eine Karte. Ich hab Gott sei Dank die DMR ausgepackt. Wenn ich die verliere, das wär böse. Oh, hab ich vorhin auch eine verloren. 1400 Meter hab ich nen Headshot gekriegt. Weil der unbewaffnete Hambi, der ist nicht so schlimm, wenn der weg ist. Ne, nehmt ihn noch Platz weg. Eben. Und wird so gut wie nie gefahren, weil er unbewaffnete ist. Na doch, ich hab ihn gestern Abend sehr oft gefahren. Was? Wurz in die Garage und wieder raus, oder? Ne, ne. Umgefahren. Oder vorhin hab ich ja auch die Mastercastle zusammengesucht. Der Sniper wechselt die Position? Die Pussy kann nicht. Er liegt mit dem Magen-Darm. Magen-Darm-Grippe im Bett, hab ich auch grad gelesen, ey. Oh, Pussy, Alter. Hä, der hat in fünf Tagen, ne stimmt gar nicht, vier Tagen die Ungesellenabstehe. Der muss fit werden. Na gut, dann soll er im Bett liegen bleiben. Ja, der muss fit werden. Wo geht er hin? Masei-Versalon, oder was? Paintball. Paco heiratet? Nein, die Pussy. Paco die Pussy. Ja, ja, Paco heiratet Toto. Die lieben sich die zwei. Ja, und die Admins machen hier Fahrer. Paco heiratet. Seinen Hund. In Österreich ist das erlaubt. Alter, so ne Scheiße. Jetzt einmal meine Frau nicht da, ich hab hier das Babyfoto und jetzt ist es leer. Jetzt müsste ich runtergehen und es... Ach, scheißegal, ich hör das sicher auch so aus. Alles gut. Auch hiermit grüße ich erstmal meine Freunde vom Jugendamt. Hallo. Hallo. Töten Sie sich schon wieder selber? Richtig coole Typ. Ja, ja, wurde überfahren. Ich glaube, die sind weg jetzt, da wo sie mich auf mich gewartet haben, da ist keiner mehr. Oh, ich würde mich sicherer fühlen, wenn ich einen Repair-Skin hätte. Ah, da doch, da seh ich einen. Noch sieben Kilometer, Jungs. Wann kommt die nächste bei 15, oder? 15 Minuten. Was? Meldung, dass er Server restartet. Haben wir noch nicht gehabt. Es sind aber noch 45. Guck mal auf die Uhr. Na, er hat schon halber angezeigt vorhin, glaube ich. Ja. Alter, und ihr seid jetzt mit Zombies am Burner? Werd geschossen, werd geschossen? Ich schieße die ganze Zeit. Auf so einen Scharfschützen da hinten. Guck mal bitte, alter, Stary brennt es voll. Alter, alter, da qualmen sich. Ja, das hatten wir vorhin auch, da hat es auch gequamt die ganze Zeit. Okay, also meinst du, kann ich durchfahren, ja? Ist grün? Zieh durch, zieh durch, ist grün, ist alles grün. Irgendwas fährt rum und ballert alles ab. Hier liegen Leichen. Das waren bestimmt die PDM-Typen. Yo, Zombies aktiv, ja, ja, Stary ist cool. Alles grün, alles grün für dich. Ja, aber Cabanino brennt. Wir sind doch vorhin auch, der hat auch gebrannt. Wir machten sowas. Oh, das Schlimmste ist nur, dass wir kein Winz, ja. Oh, hier wird geschossen, hier wird geschossen. Ich fahre, ich fahre, ich fahre. Bin bewusstlos, 1900 Blut, 1700. Was, haben die dich erwischt? Ja. Oh, gut, der hat sich schön aufgehalten, wenn sie nicht hier hochkommen ist alles super. Oh, EGF. Na, nee, doch nicht. Oh, Mr. Presseluft, alter. Oh, President, oder? Wer läuft denn da die Wiese hoch? Nee, wie fahre ich denn am besten, wenn ich jetzt durch Stary durch bin? Novi hoch oder gehen wir weiter geradeaus? Novi über Gurka, dann... Nimm's ab an der Tankstelle. Juti, juti. Ich wollte es dann ganz schön atmen, so eine Wiese, ey, krass. Können wir ruhig mal einen Heli ablösen. Oder zwei oder drei. Oder Wotnik oder sowas. Ey, die BTM schon wieder, was ist denn das für ein Kleiner? Warum ist der Heli jetzt kaputt? Du wolltest einen Stunt vorführen? Nein. War einfach über Stary gestanden. Da ist gerade dann der Zerklatscht rausgesprungen. Hat sich gefreut wie er Weltmeister und plötzlich wurde der Heli rot und ging runter. Der ist rausgesprungen, Zerklatscht? Ja. Ja, QX, Zerklatscht. Wie ist der bei dir mitgeflogen, oder was? Hm, nee, wir hatten ja gestern einen Waffenstelle gemacht. Ah, okay. Alter, ich wette, der hat eine Bombe da gelassen, ich schwör's dir. Nee, nee, der ist ja gestorben und hatte nicht einmal Waffen dabei gehabt. Naja, trotzdem. Der hat sich dann mehr darüber gefreut, dass er unseren Heli hochgejagt hat, ich schwör's. So viel zur Waffenruhe. Der hat ja auch nicht geschossen. Sprengsatz. Rausspringen. Du, nie, hast du den Blut dabei? Das konnte ich mir auch nicht erklären. Der ist einfach plötzlich kaputt gegangen. Hat er denn da Blut dabei? Ja, aber wir packen gerade die Zombies rein. Ich weiß gerade nicht, ob ich Blut mitbringe. Ja, ich komm zu euch. Auf jeden Fall hab ich Fressen dabei. Bei den Giles-Job, ey. Hier hier rumsitzen. Auf fünf Kilometer. Wieso, wo bist denn du jetzt, Juni? Achso, du hast das überlebt, ja? Am Hang, ja. Ich hab dich, glaub ich, fahren sehen, ähm. Saito. Mhm. Ich seh komplette Straße, wenn irgendwas ankommt. Und da, wo du herkommst, ist die Stasensperre. Nee, nee. Achso. Sag mal, Virus, hast du eigentlich, ähm, Botanik deaktiviert? Achso. Gras und so, hast du das deaktiviert, oder hast du... Hm, ich schau mal. Weil ich mich jedes Mal frage, du siehst immer so ein bisschen mehr als ich. Landdetails sehr niedrig und Objektdetails auch sehr niedrig. Oh, ich kann auch so weit gucken. Da steht auch die Zombies da hinten. Ich hab alles, was auch sehr hoch. Daran liegt's wahrscheinlich. Ja, weil du neue Ränder hast und wieder angeben. Nee, nee, es geht nicht ums Angeben, sondern ums Sehen. Ich seh immer die Spieler nicht, die grenzen sich nicht so krass von der Botanik ab. Juni, ich bin's. Schieß doch gar nicht auf dich, was willst denn, du? Ja, weil du geschossen hast. Ich hab alles auch was anderes geschossen, nicht auf dich, Alter. Ja, aber ich hab tausend Blut, ich hör nichts, alles ist... Und dann hab ich gedacht, du schießt auf mich. Einfach links zu mir, dann geb ich den Schuss. Digga, mach keinen Stress, Junge. Links zu dir. Mhm. Da oben, ja. Ich hab meine Zarge, ich hab Kopfschmerzen, ich kann nicht richtig kacken. Nee. Ich kann dir Blut geben. Ah. Also schnell. Wenn ich die andere reinladen. Noch drei. Hier, gibts mir. Nee, das kannst du von hier nicht sehen. Bittelschrunde haben wir noch. 15 Minuten, ja. Wir sind hier fast fertig. Ist das ganz links oben, oder? Wir brauchen nur noch die Kanister. Ja, bin doch gleich da, drei Kilometer noch. Ach nee, das war jetzt ein LKW, ne? Also die sitzen bei... Was soll ich zuerst sagen? Oben? Immer oben, dann links. Oha, ich glaub, das war jetzt... 135. Ich glaub, das war jetzt noch ein LKW, ne? Ich denke. Oha, scheiße. 235. Liegen sie im Wäldchen rum. Da muss jetzt hier noch einer helfen jetzt. Da sind wir nicht fertig. Naja, ich logge mich jetzt wieder ein und dann, äh, helfe ich da. Nach 25. Excel kann auch noch zwei Minuten helfen, passt. Also Juni auch noch. Ja, wir müssen bei allem... Also wir haben noch 30 Tommys hier einzuladen. Wir sind gerade erst mit dem ersten fertig geworden. 135, ne? Mhm. Da kommt ein Masseker. Das finde ich nicht. Kommt ein Masseker? Moment. Ich schießen. Erst mit dem Zufall. Ich hör nochmal. Ich hör nichts. Ich bin neben dir und ich hör auch nichts. Ja, bleib locker. Ich hör nochmal. Also ich hab dich vorhin, wo du gekommen bist, gehört. Naja, er hört ja auch heute Helis. Wie BTM? Soll ich... Ja, ich seh die LKWs von denen. Echt? Mhm. Ich seh die ganzen Zombies dann erreicht. Ah, da oben seh ich einen im Wald. Die sehen links am Häuschen, am roten. Alter, hier unten sind auch überall Zombies auf der Straße. Hier im Wald? Welche Straße? Ach ja, genau. Rechts oben im Wald, aber der ist tot. Der ist nicht tot. Ach, der liegt tot dort. Nein, das steht aber da auf. Stimmt. Schaut aber aus wie Juni, die Frauen zu gehen. Ja, ja. Den hab ich schon mal angeschossen. Die schießen wieder. Ja, der hat sich grad hingelegt. Schmerzmittel. Euch schießen? Ja, unten krass noch, da wird geschossen. Achso. Ah, da hockt er zwei im Wald. Ja, krass. Ja, die hocken da, ja. Jetzt bewegen sie sich. Noch 800 Meter, ich bin gleich unten an der Straße, Leute. Macht mal die Zombies klar, damit wir da schnell wegkommen. Straße hochfährst, musst du aufpassen, sonst ist eine Straßensperre, Alex. Wie, direkt an der Straße zum Körnern? Nein, nein, nein. Hoch, ja. In der Mitte dann. Aber du siehst sie. Sind da Gegner? Wir fallen die Zombies links und rechts runter. Bis normal, die fanden dann, die gehen dann wieder drauf. Hier, Excel, ich seh dich. Achtung, hier kommt ein Zombie mit. Ach, da die Straßensperre, ja, die seh ich. Aber da sind keine Gegner, ne? Siehst du nicht, ja? Sehr gut. Ich seh dich doch, da hinterm Baum. Oh, heftig. Ja. Wie, wie muss ich das, was muss ich da machen? Was muss ich? Dann muss ich doch mal Position wechseln. Und rechts von dir ist noch einer. Oder links, links besser gesagt. Was, du musst Drop und dann Load in, mehr nicht. Und, äh, Drop, X und Load in. Alter, was wird denn da so nur geballert? Was ist geballert? Ah, der Humvee kommt. Die sind jetzt auf den Humvee? Nein. Klang gerade so wie geballert. Ey, was machst du denn da, Zeudo? Ja, ich hab keine Ahnung, wo ich hier Load in machen soll. Ja, hier drauf gehen, so wie ich, mit dem Zombie. Und runterschmeißen. Und dann Load in. Hä? Äh, ich mein... Äh, droppen musst du den. Oh Gott, was ist jetzt passiert, wenn ich mal Load in gedrückt hab? Ja, dann hast du ihn wieder zurückgeladen. Ja. Deswegen wird das die ganze Zeit nichts. Hier, voll. Schieß lieber die Knechte ab hier. Nein. Was denn? Oh, Alex. Was denn? Was denn? Lass ihn das machen. Ach, mit Silence. Entschuldigung, wusste ich nicht. Ich mach erst mal voll hier, ja? Sorry. Die sind jetzt alle hier gelandet, ja? Re-Fuel-Tank. Dieses rote Muscle-Karls, ähm, so hingestellt, wenn einer hinläuft und wegfährt, ballern sie den ab. Ich seh's hier rumliegen. Re-Fuel-Tank. Wenn wir fertig sind, dann baller ich mal zu denen rüber. Ach scheiße, jetzt hab ich hier 40 Liter reingemacht, na gut. Andere Seite. Keine Ahnung, was ich hier machen soll, aber naja. Alter, Alter, du nimmst ein Zombie, ja? Auf die Schulter. Drag, drag, zombie. Nicht auf die Schulter. Nicht auf die Schulter. Drag, zombie. Dann drückst du X und wieder C, damit er aufsteht. Dann kannst du nämlich auch laufen und nicht hier so gekrümmt gehen wie Ponne. So, und wenn du dann da oben stehst, wo Ponne steht, stellst du dich da hin und machst einfach nur noch Drop Body. Wo, fertig. Hm, klasse. Wo kommen die ganzen Zombies her hier? Die lebenden? Keine Ahnung. Hier, da kommt noch einer. Mach ich mal weg. Ten minutes. Alter, habt ihr noch nie Zombies geburnt? Nee, wir machen das so selten. Das ist schlecht. Ja. Ich auch. Ich glaube, die hier muss ich wieder reinladen, ne? Da muss erst der Vendetta kommen und euch was erklären. Nö. Natürlich. Du musstest nur kommen und Benzin bringen. Ja, ich bin der Benzinmann. Wir wussten nicht, dass wir Benzin dafür bringen. Hat einer die Dinger schon reingeschüttet? Ja, warte, jetzt in beiden 40 Liter. Das sollte massig reichen. So. Habt ihr alle ausgeladen? Sind das alle aus dem... Nein, das ist noch drin. Aber es ist bei der Zeit. Nimm mal das Spiel. Fünf Minuten vor Feierabend solltet ihr auf jeden Fall anfangen zu burnen. Boah, wenn die da unten schießen, die kommen sofort hochgelaufen. Pass auf, einfach rüber droppen. Die, die da sind, immer draufhauen. Ja, das ist... Es ist zu viel los hier. Ja, pass auf. Pseudo. Oder... Da sind doch zwei vorne am... Am Burner. Drei können maximal auf... Aufs Laufband legen. Ja, es macht doch mehr Sinn. Hier einfach schmeißt die Zombies über... Über die... Über die Treppe. Dann können die zwei, die dahinter sind, immer neben... Draufladen. Neben draufladen. Hier sonst mache ich mit, mit dem Draufladen. Schmeißt einfach alles rüber, was hier liegt. Obwohl, das ist ja auch doppelte Arbeit. Das ist ja auch sinnlos, oder? Aber so steht man sich nicht im Weg rum. Ja, aber guck mal, ihr droppt... Ihr müsst ja nur einen Meter weiter gehen. Das macht ja mehr Sinn. Okay, die Typen fahren jetzt mit dem Massaker rum. Ja, dann geht ihr doch mal vorne zur Sperre, dann ist das auch alles okay. Wir gehen jetzt gerade eine Leiche lupen, aber wir fahren dann weiter. Wir sehen, wer da ist? Hm? Du gesehen hast, ähm... Wer da jetzt schießt. Okay. Wen er schossen hat. Ich glaube, der eine war... EXT da... Ink oder sowas. Es ist Wasp, was da oben liegt. Echt? Hm. Vielleicht. Ich hab mich überhaupt nicht getroffen. Das sind nur zwei Leute. Ja, die da oben im Busch, oder was? Mhm. Aber den Wald, den ich gezeigt habe, ähm... Den gibt's ja auch noch. Da haben bestimmt drei Leute draus geschossen. Was ist denn jetzt passiert? Äh, ich bin bewusstlos. So weit neiglaufen? Alter, ne, irgendeiner ist an mir gerade vorbeigelaufen, jetzt höre ich wieder nichts. Ist ja geil. Das ist ja nicht so schlimm. Ja, ich höre nichts, verliere Blut, ist cool. Ich will mal kurz mich aus- und einloggen. Ja, man kann halt immer nur einzeln auf die Treppe. Ja, das ist echt scheiße. Also nochmal ganz kurz nebenbei. Landschaftsdetails hast du auf niedrig, ja? Mhm. Und Objektdetails auch auf niedrig. Mhm. Okay, aber dann ist das Gras voll groß, wenn du Objektdetails auf niedrig hast. Bei mir nicht. Ich habe ja noch PPAA deaktiviert, Fausting ist aktiviert, Nachbearbeitungseffekte deaktiviert und der Rest ist dann alles auf normal. Und Schattendetails sind aktiviert. Und Atock? Atock ist deaktiviert. Da liegen so viele da drunter, ne? Egal, ich ziehe es nachher hoch. Weil wenn ich jetzt eh neu starte, dann kann auch gleich mal die Grafik neu. Was ist mit dem anderen LKW? Für Minuten müsst ihr den nicht anmachen, gell? Können wir das nicht jetzt schon machen? Und nebenbei noch draufschmeißen, einer? So, nix mehr hier. Einer muss draußen das rote Musclekar reparieren. Äh, ja, mache ich dann mal. Kann ja nur ich. So, nix mehr. So, nix mehr. Fünf Minuten. Fünf Minuten. Alter, anschmeißen und nebenbei weiter draufschmeißen. Ich mach an. Fünf Minuten. Ich hab im Rucksack noch mehr AK. Alter, die Ventil sind nicht aufgemacht? Mach mal da das Ventil auf vorne, oder wer das da auch ist, im grünen Tarn. Äh, wo? Da ist so ein rotes Ventil. Da hab ich, hab ich. Okay, alles klar. Weiter Zombies drauf. Wo bist denn du, Virus? Da, ich schau Richtung Krasnusdorf. Also, beim Polizeimasselkar vorne dran. Beim Polizeimasselkar? Geh weg, Alex. Ja, am Weg. Ich schmeiß gerade eine rein. Achso. Okay, die fahren mit dem Masselkar wieder. So, aufpassen jetzt hier. Jetzt kommen sie bestimmt, die ganzen Knechte. Hm, die heute rückt gerade einen anderen ab. Steigt auch einen. Alex. Ja. Boxer-Kaste, ja? Okay. Ich glaub, die kommen ja echt in unsere Richtung. Dann bereit machen. Wenn sie mal am Berg fahren, sagt, dann geh ich rüber. Naja, sie fahren gerade zu ihre LKWs. Das stimmt ja nicht, die ganzen Zombies gehen nicht hoch. Da ist ein Spelle vorne. Das kann nicht die Straße. Wollen wir dieses Laufband noch anmachen? Nee, das ist ja an. Hey, die fahren weg. Komm, einer geht auch hoch. Damit glaub ich gar nicht checkt, dass das bei einer anderen war. Jetzt bewegen sich ein paar. Wir sind jetzt nach Kotzenhof gefahren. Scheiße. Scheiße, schon wieder, Alter. Oh nein. Oh nein. Da muss ich echt das Geld dann beeilen, dass das... Alter, die Zombies bewegen sich kein Stück. Ja. Machen die dann schon. Hoffen wir, dass sie sie nicht backen. Und zwei Stunden umsonst. Drop Body. Mal nochmal aus und wieder an oder so. Hab ich. Norden ein bisschen. Und turn on. Ich nehm schon mal das erste Geld, ne? Ja. Wie viele waren das jetzt? Oh ja. Bis jetzt sind es 1300 Taken. Ja, schon mal was. Ist auch was. 3-1 sollten es werden, haben wir uns ausgerechnet. Ja. Wenn die alle hier weggehen. Ich sehe da ein bisschen schwarz. Hä? Kommst du weg? Ja, die Leichen darunter, die müssen noch weg. Ja, wir haben zu viel. Wir schaffen es. Weichert mal die Fahrzeuge. Vor allem den haben wir. Machst du schon? Ne, ne, dann mach ich das. Ich nehm nebenbei immer wieder das Geld raus, ne? Damit bloß nichts verloren geht. Ach du Scheiße. Aber es ist noch ne locker ne Minute. 2070. Habt ihr hier den, den, äh, Dings, den, diese Fahrzeuge gesaved? Machen wir gerade. Hat jemand ein Hambi abgespeichert? Speicher schon ab, den Hambi. Äh, müssen wir die Linie aus dem Zaun rausfahren, die Fahrzeuge? Du läufst gegen die Wand, hier, Billy. Der ist gefickt worden. Dann hinschraub. Genau. Oh ja. Müssen wir aus dem Zaun raus, die Fahrzeuge? 20 Sekunden oder so haben wir noch. So cool haben wir. Warte, ich glaube, Manni, ich sag's dir. 2060. Okay, haben wir es abgespeichert. Das war's, die Zombies sind weg. Ey, cool. Und das Geld? Ach nee, hier ist auch alles weg. 2700. Hier ist alles weg. Alex. Jo, 2700. Liegt noch Geld? Ich kann für den 400, aber gut. Da liegt doch noch Geld, oder? Weil ich, da liegt doch noch Geld auf dem Treppe raus. Oh ja, hier liegt auch noch Geld. Treppe raus? Aufnehmen, 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 aufnehmen. Wo ist es denn? Das hier. Ja, genau. Das ist eine leere Dose. Ach so. Kann ich von außen jetzt sehen. Player-Menü. 3645. Alle Autos gespeichert. Ja, warum hat das auf einmal funktioniert? Auf einmal waren alle Zombies weg und das Geld war da. Also, muss man da jetzt nicht so viel Panik kriegen, wenn da nicht alle gleich drauf sind. Anscheinend nicht. Was ist los mit deinen Typen da? Ja, wie es aussieht, ist jetzt Server-Restart. Yo, gelbe Kette. Und für die Leute vom Video, wir sehen uns gleich wieder, wenn es heißt, Geld zurück ins Lager. Bye, bye. So, da sind wir wieder zurück. Jetzt bringen wir erstmal die Kohle ins Lager. So, Attacke. Rotes vor. Lassen wir noch ein Auto da? Ja, du bist doch mit einem Polizeikarren. OZ steht noch da. Haben wir uns gerade für die Strecke geeinigt? Ne, haben wir noch nicht. Wer fährt denn jetzt? Wo ist Hillbilly? Die Hauptbahn, ja. Haben wir drin. Ja, gut. Und Pseudo nimmst du? Wir nehmen die normale Strecke. Fahrt einfach. Ist das mit der Bullenkarre? Ja, wer fährt denn jetzt Bullenkarre? Ja, wollen wir jetzt nicht noch auf Pseudo warten? Lade Charakter. Lade Charakter, dann komm, warte. Ich dachte, er wäre auch schon da. Und Hillbilly, warum fährst du beim Humvee mit? Warum nimmst du nicht noch selber ein Auto, wenn da noch welche sind? Weil das Pseudo nimmt. Ja, aber da ist ja auch noch der URZ. Dem braucht auch kein Mensch. Dem braucht kein Mensch, okay. Oh, juhu, endlich ey. Wo ist denn unsere Rote schon wieder hin? Das gibt's ja nicht echt. Das ist halt zuerstes. Ah, da vorne steht's. Steht doch da, heul mal nicht so rum ey. Oh, nimmst du schon auf ey? Ja, natürlich. Voll peinlich. Wir streiten uns nur. Ne, wir sind einfach nur unverplant und so. Oh, das macht ja nichts. Unverplant und unverbraucht. Ja, und jungfräulich. Ja, wenn wir verplant werden, wäre schlimm. Aber wir verplant, das okay. Hier, Ponne, du musst übrigens die Wochenenden jetzt immer bei mir schlafen. Die wollen, dass du in den Vendetta-Wochen auftauchst. Was sollen wir da machen? Was sollen wir machen? So, dauerbeschlafen dann. Du schläfst bei mir und wir fassen uns an. Dann wäre das ein gutes Video. Leck dich bei euch auch. Was? Amen. Ne, hier läuft alles super. Wir stehen hier. Bäume sind schön. Wenn du deine Aufnahmen Sonntagnachmittags machst, könnte ich das jeden zweiten Sonntag da sein. Ne, kann ich nicht. Da bin ich, da bin ich, ähm, in der Kirche. Ein Sonntag vor Vorvormittag? Wenn du gerade so aufstehst, also scheinbar. Warte, ich komme. Da komme ich gerade aus der Kirche. Da gehe ich gerade in die Kirche. Das ist die Vormittagsmesse. Was ist mit dem Moral hier oben? Lass ihn stehen, ist kaputt. Reden oder der Weg ist noch genug? Also fahren wir rechts oder links? Links. Lass ihn fahren, oder? Ist noch alles grün. Wir fahren den normalen Weg. Wenn ich beschossen werde, haut die alle ab. Das ist ein Plan. Pseudo, du musst hinter uns bleiben. Naja, mach das schon. Alles kann stehen bleiben, bis hier auf Alex. Ja, also bis auf Juni und Alex. Außer die, die kämpfen wollen, ne? Die können auch nicht. Wie schnell kann der Humvee fahren? Äh, 100. Langsamste Auto ist 80. Sind wir im langsamsten Auto, Jungen? Oh, warum haben wir denn keine Muscle Car genommen? Damit wir schnell flüchten können. Genau, warum haben wir das Polizei oder die Angaben? Ja, weil wenn du über die Straße fahren musst, dann... Äh, über Feldweg fahren musst, ist doch klar. Dann ist der Humvee schneller, oder nicht? Mit 80. Rote Auto langsamer. Humvee fährt höchstens auf dem Feld 60. 60, ja. Rot, rot langsamer. Rot langsamer? Rot langsamer, bitte. Mango, Foxtrot. Also ich würde auch sagen, eigentlich wäre es sinnvoller, wenn wir im Muscle Car sitzen, Juni. Hier ist das Latte. Lass uns mit... Das Muscle Car wird gleich geschossen, ist gleich kaputt. Ja, das stimmt auch wieder. Ach, ist doch alles scheiße. Ist doch alles orange. Dann hätten wir eine Aurora oder so nehmen müssen. Was ist mit einem Polizeiauto? Auch alles orange. Ne, ne, okay, wir bleiben hier drin. Wir finden bestimmt noch was. Ja, ein Trecker. Diese Humvee ist doch geil. Ah, das ist der unsichere Humvee. Mhm. Ja, Kotbrocken rausschmeißen. 3600. Wir brauchen, wie viel? 5000? Ja. Für allen, als wir schnell. Haben wir da vorne einen Ural oder ist das... Was ist das? MTVR, oder? Jetzt fahren wir doch mit dem weiter. Ready, also hier, Ponne, was hast du da hinten dran? MTVR. MTVR ist ja heile. 96, dann tauchen wir schnell um. Ja? Ja, der ist da schneller. Lass uns noch nach dem Dorf fahren und dann bleiben wir kurz stehen. Achso, ähm... Kann man sitzen bleiben, ja, im Auto? Home up, nicht, dass hier gleich wieder was durch die Gegend fliegt. Ja, gut. Alle sitzen bleiben, ich steige aus. Alex bleibt sitzen. Okay, ich steige wieder ein. Aber macht doch keinen Sinn, du wirst den doch hier antauen, dann musst du doch auch absteigen. Ja, bis ich fertig bin, Freundchen. Dann können sie umsteigen. Okay. Bis die Siegelfracht. Zocken das ja alle im Roten Haus. Ich komm nicht rein. Ich kann nicht einsteigen. Können wir schon mal, ich glaub, ich geh mal schon mal Gorka Tankstelle angucken. Okay. Warum kann ich nie einsteigen? Was soll denn der Scheiß? Ich lausche. Ah, jetzt. Mach mal schon mal los, Gorka Tankstelle. Oh, ne Tankstelle. Hey, hey, warte. Du bist eingestiegen, ich bin rausgeflogen. Das ist ja lustig. Okay. Kann losgehen. Ja, fährt doch ein bisschen geschmeidiger, ne? Ja, 90. Bleibt geschmeidig. Fährt er halt so schnell wieder haben wie jetzt. Ist doch gut. Das ist voll doof, wenn man Objekte Details niedrig hat, dann zuppeln so die Räder vor einem. Zubbel, zubbel, zubbel. Fahre, na, müsst ihr nicht tanken oder so? Ich bin tanke, ja. Polana ist rot, meine Herren. Polana ist 500 Meter entfernt. Ja, los, dann kommt. Guck mal, jemand, der nicht fährt, ob Polana immer noch rot ist. Jo. Wenn es grün wird. Jo, rot. Rot. Guck auch rüber nach Polana. Grün. Ich bin letztes Auto, ich mach dann hier das Ding dicht. Und opfere mich fürs Game. Kommt, da kommt ein rotes Muscle Car. Quatsch nicht. Ist gleich bei der Tanke. Echt jetzt? Ja. Oder ich mach hier oben gleich Fenster. Also nur Zeudo, ja? Kein anderer. Ich hab das im G-Eing, ich müsste ich stehen bleiben, ja? Das ist schlecht. Fahr mal einfach, wenn es kommt, dann haben wir es weg. Ja, ohne Scheiß. Erstmal alle weiterfahren. Mal weiterfahren, nicht aufhalten lassen. Oh, ich muss mal anhalten. Muss auf Toilette. Der kann natürlich diesen Konvoi auch preisgeben, wenn das jetzt so lang ist. Ich guck weiter nach hinten. Ach, Mensch Leute, ich halt hier an. Nee, fahr weiter, fahr weiter. Ist doch besser, wenn wir erstmal als Konvoi unterwegs sind. Noch ist hinter uns nichts. Ist das nicht das rote Massaker von den anderen Deppen? Wer ist das nicht? Wenn es dann Monaco war, ja. Das hab ich aus der Entfernung natürlich nicht gesehen. Oder nicht? Noch kommt hinter uns nichts. Ist ja gerade ausgefahren. Mach mal, Hammy, vorbei bitte. Ist dann halt so schnell, 87 Fahr mal. Ist mir zu unsicher, wenn das rote so weit weg ist, nicht, dass es uns dann entgegenkommt. Wieso, was entgegen? Bin nochmal gerade, achso. Wurde da geschossen gerade? Oh, meinst du? Alles grün. Ich kann es ganz schwer einschätzen. Nur hinter uns aufpassen. Ja, ja, ich gucke, ich gucke, ich gucke. So, dann fahr ich mal ein Stückchen weiter vor. Aber es kommt nichts. Ja, es kann noch was kommen. Karte grün. Oh, Mann. Links eine Heliabschottstelle. Was, ehrlich? Links eine Heliabschottstelle. Ja, links eine Heliabschottstelle hier bei uns. Wolle ich da hin, oder was? Ja, fahr du mal hin. Da könnte ein Night Vision sein. Hier ist ja. Und Ralf and Fall. Mal ziehen. Jetzt zwei hin, zwei vorm weiter. Pseudo hast du gesehen, ne? Ja, ja. Es fährt gerade nur einer hin. Es fährt nur Pseudo jetzt hin. Pseudo reicht. Passt, okay. Habt ihr die Testnachricht auch gekriegt? Ja, ja, dies ist eine Testnachricht. Soll ich noch hinschreiben, danke? Gesundheit. Danke. Ich verstehe, wo die Testnachricht ist. Immer noch Gesundheit. Ja, super. Zweimal Schmerzmittel. Jo, ist gut. Da muss mehr liegen. Oh, hier ist noch was richtig Schönes. Was denn? Ein dickes MG. Okay. MG? Ja, super. MK 48, oder was? Ja. Cool, brauchen wir zum Bauen. Haben wir noch nicht so viele, ne? Doch, acht Stück. Was? Ah, nee, das war die, 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 ähm, PRK, RPK. G36? Die RPK haben wir zwei Stück und einen habe ich davon mit. Nee, eine normale liegt hier. Normale G36? Ja. Oha. 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 Mein Schmerzmittel. Ist die wertvoll? Die normale? Joa, ich glaube. Das, ja, die normale ist noch G36, ich glaube auf der Asche oder nicht. Nein, die normale ist richtig wertvoll, ey. Weiß ich nicht, keine Ahnung, frage ich ja. Du meinst die normale Schwarze? Ja. Ohne Visierung. Der war ja ein Spieler da. Nee, nicht unbedingt. Kann ja auch sein, dass die das waren. Hier vorne steht ein rotes Muscle Car. Oh, hier vorne. Was? Hier vorne. Oh. Er steht hier an der Mauer. In diesem Ort, Novi. Ja, dann haben wir es noch nicht gesehen. Wir drücken den Humvee gleich weg, Alec. Ja, ich sehe es. Also. Wir fahren 95. Ja, ich kann 100. Ja, schieb ihn ein bisschen an. Ist nicht schlimm. Nein, sowas wird hier nicht gemacht. Schieb ihn an. Ja, warte. Fangen wir gleich. Virus, wir kommen. Mach mal ein bisschen leiser. Ja, in Vibor ist eine ganz kleine Straßensperre, aber das stand hier eben noch nicht in Vibor. Hast du es gemerkt, wie es gesitzt hat? Nee. Nicht? Noch, bist noch ein wenig entfernt von mir. Hier war ich schon voll drauf. Meinst du den UAZ, der da steht? Warum kann ich die Scheiße nicht anhängen hier? Hast du ihn weggerammt, Juni? Also ich schieb dich bei mir richtig an die ganze Zeit. Bei mir sehe ich nichts. Ich sehe es auch nur ab und zu, dass du mal gegen Ditscht. Von mir bist du noch vorweg entfernt. Nee, wir sind jetzt ungefähr fünf Meter hinter dir. So, jetzt verschwindest du in meiner Scheibe. Echt? Nee, so nah sehe ich das nicht. Jetzt ramme ich hin. Jetzt, genau. Nein, noch nicht ganz. Ein Meter. Oh, oh. Pseudo, bei dir irgendwas gekommen? Nö, ich kann dieses Auto nicht anhängen. Blu-Partino liegt eine Leiche. Aber keine Zombies. Okay. Jo, der blutet auch noch. Alter, warum fliegt denn dieses Masse-Kalmer hoch? Müsst du runter vom Turbo nochmal neu drauf. Hä? Runter vom Turbo nochmal neu drauf drücken, dann ist es wieder ruhiger. Er geht hier mal durch die Gegend, ey. Ja, das war doch mal das freie Pfad, würde ich sagen. Meiner Güte. Hat sich schon wieder einer überfahren. Nee, BTM. Das wäre echt schön, wenn Redguard kurz connectet, dass wir ihnen die Kohle auf sicher geben können. Bid, das wäre cool. Rangeschrieben. Ja, ich schreibe mal. Was schreibe ich denn? Lieber Redguard. Bewege deinen Arsch so schnell es geht an dem PC. Wir kennen uns jetzt sieben Jahre. Oder hat irgendjemand einen Baum umgefahren? Machst mit deinem Mann, deiner Schwester, was du willst. Schrode an dem Baum umgefahren? Du fickst meine Schwester. Und ich bin dir auch sehr dankbar dafür. Dann muss ich das nicht machen. Und ich und meine Familie sind dir sehr dankbar dafür. Deiner Kinderficker. Sehr dankbar. Es wäre nur schön, wenn du auch was zurückgeben würdest. Du? Du auch was. Ja, wir haben es geschafft. Ja, wir haben es geschafft. Ich habe es geschrieben. Wir haben es geschafft. Ja, wir haben es geschafft. Software-Start. Dann haben wir die jetzt doppelt. Oha. Dann müssen wir eine wegschmeißen. Oh Mann. Eine AK-74, ja? Ja, eine wegschmeißen. Mit Magazin. Und wir haben gedupt. Wir haben geloopt, ey. Yeah. Geloopt. Gelooping Louis. Ach scheiße, da sagt keiner was. Das war jetzt nicht absichtlich. Und was ist mit den 1080-Geräten in meinem Rucksack? Das ist was anderes. Die beiden hier. Das war Zufall. Na, dann lege ich den Rucksack hier hin. Ich zeige es echt die AK da hin. Da war die Magazine wenigstens. Nein. Aber die Magazine wurden ja auch gedubelt. Gedubelt? Gedubelt. Ich bin weg. Wie du bist weg? Wo willst du hin? Auch auf meine Schwester? Na, kein Statement? Nee. Da ist er schon drauf. Er muss auf seine Schwester. Ist er schon weg? Hallo? Alter, ist er schnell weg. Echt schon weg? Ja. Der macht's wie Pseudo, der immer einfach auf die Tasse vom PC drückt und dann fährt alles runter. Ich mach nicht, ich, weil das macht mein Sohn. Ja. Und meiner auch. Wer kommt denn da jetzt noch? Ja, Pseudo. Tja. Ich hab doch einen dicken Loot hier dabei. Was? Wir fahren jetzt nochmal zu dem Heli-Crash. Warum? Was? Weil da gleich voll die Leute kommen, ey. Das kann sein. Ja, aber was machen wir mit der Kohle? Alter, wenn Juni jetzt weg ist, dann hätte der das nicht sehen können. Oh, ja, hätte er. Oh, so ein Dab. Oh, Juni. Oh, Juni. Schreibt mal, dass er wieder online kommen soll. Juni. Du Dab. Hättest. Bastard. Achso, ich schreib doch mal. Lieber Juni, wir kennen uns jetzt. Ja. Mann, schreib schnell. Juni, du Dab, hättest die Kohle doch nehmen können. Ja, wollen wir noch ein bisschen Action machen, lieber? Ja. Ja, ich hab... Ja, ich hab... Jan. Was? Komm, wir fahren. Komm, wir müssen wieder zu dem, äh, Novi. Ey, du redest gerade in-game. Ja, und? Warte, wo lege ich denn die Kohle hin? Ich leg mal die Kohle hier ins Haus, ne? In's Haus, weißt du, wie... Haus... Ja, ich leg sie, ich leg sie hier neben, okay. Back durch! Ja, nicht, dass das passiert. 3000 Drop Money. So, was geht denn jetzt hier mit, äh... Scharfschützen. Scharfschützen dabei? Wir brauchen mindestens zwei. Komm, scharfschützen. Immer Sniper dabei. Ohne, ja, krach. I, du willst doch immer. Ja. Hillbilly. Hillbilly will doch immer DMR nehmen. Ja. Er will immer doch ne DMR verlieren. Ja. Ich nehm noch mal Blut mit. Was denn noch? Mal ein bisschen Schmerzmittel. DMR, ach, wieso, wir haben... Geht doch, sind doch noch... mehr geworden, aber auch nicht weniger zurzeit. So, hier liegt die Kohle. Hier liegt die Kohle. Hier. Boah, geil, ey. Wie kann ich denn das loswerden? Alles meins, alles meins. Alles meins. Drop Money. Mhm. Drop heißt doch auch heben, oder nicht? Bezündlich. Wieso kann ich nicht mein Geld droppen? Ob das liegt doch vor dir? Nein, nein, du musst, du musst einstellen, wie viel du droppen willst. 100, drop. Ja, und dann, dann mach Player Menü aus und wieder an. You don't have 100. Ich habe 191. Ja, dann machst du, musst du leider in einzelnen Schritten machen. Du kannst nicht einfach 5000 inpacken und das ganze Geld liegt da. Sondern du musst das dummerweise in kleine Stapel machen. Das ist ein bisschen doof. So spricht hier der Drogen-Dealer. Hier steht, you don't have dich. Habe ich denn 5? Hä, warum liegt denn hier Money an der Kiste? Welches Money nehme ich denn jetzt auf? 5 Tacken. Ich habe 5 Tacken. Das ist von mir. Geld. Ja, dann lege ich es hier hin. Oh, Geld. 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 Das ist doch kein Geld. Ey, weg da. Drop Money. 5. Ach, scheiße, das wird so doof, ey. Ich ziehe doch hier kein Geld, aber. So, Geld liegt. Alles liegt hier voller Geld. Kommt, Leute, glaub. Habe ich jetzt noch Geld? 6. Ich nehme jetzt noch eine DMR mit. Ja, cool. Dann haben wir also Virus und Alex DMR. Ich habe ja auch noch die Acker. Oh, ja, aber sie... Wenn es drauf ankommt, wenn es wichtig ist, dann haben wir zwei, zwei Paar Daumen geht's. Ist egal, welche DMR ich nehme, ne? Nein, nein, nein. Ich nehme nur einen G. Zweitwaffen sind doch egal. Ja, nimm mal, dass du einen G, was du gerade gefunden hast. Ne, der mit Baum war ja, ne? Nehmen wir hier so ein billig Ding. Okay. Und wir wollen jetzt so hier die Abschuttsstelle, oder was? Ja, die beschaffen wir. Waren dann die Leute keine bekommen. Waren dann. Wichtig ist nur, denk dran, hier liegt Kohle. Vorm Server Restart müssen wir alle wieder hier sein. Brauche ich eine Silent Waffe? Ist das cool, wenn ich die mitnehme? Denke ich schon, oder? Dann wissen sie nicht, wo ich bin. Warte nicht, ey, ich will gerade einsteigen, Homo. Wollen wir zwei NKWs mitnehmen? Scheiße, ich muss noch was fressen. Oh, dumm, alter, dumm. Hat er wieder nichts gegessen, der Vendetta. Den hat er immer noch mit seiner A50. Ja, das nehmen wir mit, oder was? Das ganze Ding? Nein, nur den dahinter. Ach, wollen wir den MTVR mal hier lassen? Können auch so ein rotes Auto hier lassen. Wie, und nur mit den dicken Dingern los? Das können wir auch, wir können alle in den MTVR vorne rein. Warte, warte, warte. Ey, warte. Nein, wir nehmen noch diese Rostlaube hier mit. Jetzt hätte ich, kann ich nicht wieder am Schrauben. Nein, wir sollten ein, 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 ein schnelles Fahrzeug. Das ist schlecht, ne? Ja, dem Polizeiauto und, und den hässlichen hier. Den hässlichen, ja. Den hässlichen. Alter, es dauert aber echt extrem lange, bis hier Toe, Toe, sonst irgendwas bei mir auftaucht. Was soll das? Jetzt geht's. Habe ich irgendwie... Tch! Komm jetzt nicht nachher. Naja, dann fahrt ihr damit. Wie, also fahren wir doch mit dem MTVR. Ja, dachte ich, ein, 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 ein schnelles Fahrzeug und ein, damit wir verfolgen können. Ich bin hinten drin, ich bin hinten drin, alles cool. Damit wir verfolgen können. Damit wir verfolgen können, na los, na, wir wollen verfolgen, ja los. Jetzt spring ich auch hinten rein. Ja, los, spring hinten mit rein, ich will alleine nicht sitzen. Ich will aber alleine nicht hinten sitzen. Schau mal, welche Waffe? Ähm, der Nacht, der Nacht. Gut. Na, 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 na. Wo machen wir Action? Novi, Novi. Echt, an der Heli-Abstattstelle? Ja. Novi, Sober. Der ist doch cool, der nimmt im Welt da. Und dann alles, was über Gorka kommt. Ja. Ich guck mal, Kade. Elektro-Rot. Echt? Ja. Sonst nichts. Das ist ja sowas von uns egal. Ja, aber ist auch so selten, ne? Elektro-Rot ist, ja. Sport man ja auch gar nicht. Wie viele Leute auf dem Server? Sieben. Sieben. Acht. Eine Million. Alex, du hast schon wieder im LKW dringend die Fußspunk lassen. Was? Was? Leute, putzt ihr euch nicht die Schuhe ab, wenn ihr in mein LKW einsteigt? Alter, es tut mir so leid. Echt, hier ist alles dreckig. Hey, boys. Ich darf schon wieder putzen. Du wolltest, dann fahren wir jetzt erstmal nach der Straße vorbei. Porn, porn, machen wir mal Techno-Mucke an hier. Ich will mal dancen. Techno-Mucke? Uts, 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 uts. Komm, Virus. Uts, 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 uts. Alter, ist das ne Bong da in deinem Rücken? Ach, ne, na, AK. Alles klar, alles klar. Alles klar. So, jetzt müssen wir noch ein bisschen coole Mucke hören. Was habe ich denn so eine Mucke auf dem Handy? Coole Mucke. Ich bin für Sympathie for the Devil. Das hört man gar nicht. Hört man das? Ne. Ja. Auch. Ja, war toll. Ja, war kurz und gut. Ja, und ganz schnell wieder vorbei. So, und mehr geht nicht wegen dem ganzen Copyright-Scheiße. Sonst bin ich wieder gearscht, weißt du? Sonst krieg ich wieder auf die Fresse. Wir müssen selber singen, Virus. Sing was. Du Stück. Kann nix singen. Wie, du kannst nix singen. Ja. Alter, warum polierst du eigentlich deine Gasmaske? Die schimmert so schön. Ach, ne? Ja. Wie neu. Schuhwichse? Wo ist eigentlich das rote Muscle Car? Helpy leckt es immer ab. Im Lager. Ach, das ist geil. Achso, wo ist das Polizeiauto meine ich? Hey, Ponne, wo ist eigentlich die Kette? Äh, wo ist der Bus? Ponne, wo ist die Kette? Wo ist der Bus? Wo ist die Kette? Der Bus. Kette. Wo ist? Kette. Der ist gelb. Kette. Tut mir leid, du bist behindert. Jawohl. Da kann man nichts mehr dran ändern, Ponne. Ja, ja. Kann auch die Zukunft weiter sagen. Ihr hört auch den Heli über dem Airfield? Äh, nein. Äh? Ja, es ist ein Heli über dem Airfield. Nein, es ist kein Heli über dem Airfield. Wo du bist. Ähm, über euch links ist der Heli. Ja, ich sehe ihn, ja. Ich sehe ihn. Linke Seite von uns, ja. Oben, über der roten Halle. Kann ich jetzt weiterfahren? Ja, fahr weiter. Achso, hast du auf Medium gestellt? Ne, ich hab auf Fahr. Oh, das ist sogar ein Hui. Der wo schießen kann. Der wo schießen kann. Der wo schießen kann. Der wo schießen kann, Leute. Der wo schießen kann. Damit macht man keine Witze. Ganz schön tricky hier von dem Pseudo hier, ne? Hast du das gerade gesehen? Ne. Du hast aus dem Wald aufgetaucht. Alter, ist der tricky, ey. Get tricky, get tricky. Everybody in the house, get tricky. Der fliegt sogar Richtung Abschussstelle. Ja, der sucht wahrscheinlich Abschussstelle. Und wir wollten vorher da sein. Oh, ja. Vorfahren. Sorry, du musst Gas geben. Vorfahren. Du bist mit einem MG, ne? Unterwegs. Ich ein MG und schon mal dem, ja. Alles klar, Gas. Ja. Guck mir vor, wie bei Terminator, ey. Jetzt muss der noch im Motorrad sitzen da vorne. Der, der stimmt, der dumm. Ich bin schade auf dem, was ist das schön, da? Nee, 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 nee. Der Motorrad kommt, das ist in der Fett und nur 80 oder so, ne? Guck mal. Geht im Spiel. Wo ist der Helikopter? Ich sehe nicht. Ich mache mal auf Insane. Insane, den Membrane. Ja, musste, musste, musste. Hat noch wer Insane um Insane durch die Gegend zu gucken? Insane, Alter, Insane. Alter, Insane. Alter, Insane, Alter, Insane. Wo? Hat Jamal an die rumgeleckt? Alter Jamal, es reicht doch, dass du von Virus-Dimas geleckst. Zombies, ne? Ja, das sind Zombies hier. Mhm. Linke Seite Zombies. Jo. Mhm. Ne, Spieler in der Nähe. Das heißt, die sind rausgelaufen. Das heißt, da ist ein Auto oder ein Spieler Richtung Airfield gelaufen. Hier ist auch ein Zombie Richtung Sterry. Karte, Sterry grün. Ich kann ja eigentlich Jamal immer sagen. Ja stimmt. Obwohl ich ja genauso, ich bin auch Beifahrer. Zombie left. Ja, mein Auge auf. Hier mach ich mal. Sterry blau. Dein eines Auge, was du noch hast, sollst du aufmachen. Oh, links oben Heli. Ja, ich höre. Hat uns gesehen? Nee. Oh, warte, 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 da dritt was. Oh Gott, raus, raus, raus. Was los? Unfall. Raus, raus, raus. Abspringen. Ja. Heli steht über der Absturzstelle, glaube ich. Was denn? Ach, Unfall, ja. Nee, nee, flieg weiter, flieg weiter. Der weit bist du raus? Ja, ja. Nee, dann springt mit rein, Jungs. Vorne ist noch zweimal Platz. Da hinten ist noch mehr Platz. Los, los, springt rein. Ey, da springt einer ab. Seht ihr den Fallschirmspringer? Nee, ich seh das nicht mal das Zeug rein. Aber ich muss was schon auf Insel hin machen. Fallschirmspringer? Nee, ich hab auf Fahrer, das reicht. Los, rein. Sind alle drinnen? Ja. Los, 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 los. Linke Hand. Linke Hand, wenn ihr jetzt so über die rote Halle guckt. Jetzt hier über das rote Haus. Direkt über die Heli Absturzstelle, Fallschirmspringer, da oben in der Luft. Den können wir doch mit der DMR von hier holen, oder nicht? Wo wollen die denn raus? Los, dann fahr hier links auf die Wiese, lass mich raus, ey. Willst du nicht ein bisschen Deckung haben? Und weiter weg von den Zombies? Oh Scheiße. Gib Kette jetzt. Komm, gib Kette. Ich will dahin jetzt. Jamal tut mir leid. Was ist mit Jamal? Dass ich gegen eine Mauer gefahren bin. Ich hab da irgendwo in den Heli... Heli wendet? Der Heli wendet? Soll ich hier in den Busch reinfahren, oder was? Nee, 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 der fliegt jetzt da gerade, Richtung Goklobo. Wer schießt denn? Ich schieß auf den Flieger. Flieger. Heli kommt, Heli kommt. Soll ich hier anhalten? Ja. Da ist ein Zombies an der Absturzstelle. Der Bus war vorhin nicht da. Der Bus war vorhin nicht da. Was ist jetzt? Ich stehe hier oben drauf. Komm, komm, ich muss bei der Haus. Das passiert, wenn man hinten einsteigt. So, der steht dann drin. Hat er geschossen? Ich schieße immer noch. Das ist Alex. Der schwarze Bus war vorhin nicht da, Leute. An der Absturzstelle ist auch jemand. Das sind Zombies. Sag mal, ist der unten jetzt angekommen? Jo. Jetzt ist er auf dem Boden. Der Heli ist über uns direkt. Jo, und Heli ist ganz schön voll mit Leuten. Voll mit Leuten? Jo. Wer sieht denn den Heli-Crash überhaupt ein? Wer kann denn den Spieler töten? Ich kann nicht schade einen Zeiss töten. Ich bin bewusstlos. Na super. Ich stehe, Zombies. Wer hat denn noch die DMR? Ich. Dann guck doch mal dahinter. Gegner übrigens auf E, also Ost 60 Grad. Da ist er runtergekommen. Um am Wald, ja. Geh dich schnell verbinden. Ich kann nicht wirken. Der Heli ist gerade weggeleckt. Ich kann nicht wirken hier. Erst habe ich ihn gesehen und auf einmal war er weg. Da wird geschossen. Da wird geschossen. Ja, irgendwer muss mal den Spieler, der links von dem Heli auf Reinfeld, er steht. Eigentlich muss man ihn nur noch wegschießen. Ja, ich habe leider Zombies hier. Ja. Jetzt kommt er sogar hergelaufen. Kommt er mir entgegen. Cannot fire. Ja, ich sehe ihn stehen. Hab ihn getroffen. Ey, fall um. Jetzt blutet er. Jetzt läuft er weg, jetzt blutet er. Ja. Ja, ich habe ihn hier angeschossen. Da wird er Zombies, ey. Schade, dass ich den Flieger nicht erwischt habe. Ihr seid, dass die hier so garstig durch die Gegend schießen, ja? Ja, leider überall Zombies. Ich glaube, er liegt jetzt. Er liegt. Guckt. Jamai, mach ihn fertig. Ich halte die Zombies vom Leib. Siehst du ihn, Jamai? Ja. Er steht wieder. Ich glaube, er verbindet sich jetzt. Er verbindet sich. Schieß ihn weg. Ach, da ist der Turm. Ich gehe auf den Turm. Jetzt blutet er wieder. Oder? Oder hat er sich gar nicht erst richtig verbunden? Boah. Sechs Zombies noch wieder. Jetzt hast du ihn. Jetzt hast du ihn. Nedwixer? Der Video-Russer inkelt. Nedwixer fliegt. Haben doch kein Heli. Was? Ich habe ihn erwischt. Boah, stimmt. Da war sogar ein Hero. Oh, na toll. Na toll. Ah! Da ist noch wer! Ja. Ja, ich höll. Fuck, ich habe keine Munizung mehr. Oh, ich bin gleich tot. Oh, ich bin tot. Sniper, ne? Ja. M24. Der ganze Wald ist voll. Der ganze Wald ist voll. Der ganze Wald ist voll. Der sind mindestens zwei Schützen gewesen, glaube ich gerade. Oder einer, der ganz viel geschossen hat. Ja, einer. Oh, verpiss doch. Oh, schießt er auf mich. Alles ruhig? Ja, 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 ja. Ich brauche Blut im roten Haus. Kann jemand den Sniper-Schock sehen? Ja, unter der Tanne sitzt. Erstmal. 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 Wer hat denn da gerade geschossen? Ich. Okay. EGF? Hä? Unter welcher Tanne? Ich vorbei, hab ihn. Okay. Vorbei. Für ihn. Für ihn, ja. Wer schießt denn da zu mir? Wir schießen nochmal vom Wald. Ja? Der Wald will auf mich schießen. Von wo ungefähr? Heliabschottsstelle sehe ich. Sag mal Gradzeit. Ja, das kann ich auch nicht ausmachen. Also irgendwie rechts von der Heliabschottsstelle. Ja. Ich kann gar nicht abschätzen gerade wie weit das hier entfernt ist. Nur wie... Wo bist du? Ich bin auf dem Turm. Bei den Bauernhäusern. Bei den Bauernhäusern. Ja, ja. Genau. Dann sind das ungefähr... 350. 700 Meter bis zur Waldgrenze. Gott. Bei mir sind es nur 300... 100 Tanke... Ne... 100, 200 Tanke. Ja, guck mal. Das kommt hin. Das aus 300... Ich glaube ich hab ihn schießen gesehen. Wer ist da ins Rote Haus? Ich. Bin krank und brauch Blut. Ich hab kein Blut mit. Tut mir leid. Beideleicht. Achso. Ich hab kein Blut da drin. Komm nicht zum Schießen, Alter. Tausende Zombies hier. Ich hab ihn gesehen gehabt. Der ist weiter im Wald drin. Immer noch Absturzstelle da? Mhm. Ja. Ähm. Jetzt schießt der wieder auf mich. Oh. Die Stunde ist rum. Wir sehen uns gleich wieder im nächsten Tagebuch. Also haut rein und bis der Ende. Ciao, ciao. Ciao.